New York, Queens, ist ein haues Pflaster, aber hey, ist mein Zuhause. Mit wem redest du? Mit niemandem. Mach nur ein kleines Video von dem Trip. Du kannst das nur keinem zeigen. Ja, ich weiß. Warum sprichst du da mit so einer Stimme? Weil es Spaß macht. Spaß. Also, warum nennt man sie Happy? Komm schon, ich schlepp dein Getäck nicht. Danke. Los! Hey, soll ich vorher nochmal aufs Klo gehen? Es gibt ein Klo an Bord. Wow, keine Piloten? Ist ja abgefahren. Willst du da sitzen? Ja. Dein erster Flug in der Privatmaschine? Ist mein erster Flug überhaupt? Ist das Geräusch normal? Niemand hat mir gesagt, warum ich in Berlin bin. Oder was ich hier tun soll. Irgendwie ist Captain America wohl durchgedreht. Das ist eins. Oh, wir sind Nachbarn? Wir können uns zwei Zimmer leisten. Zieh dich um. Okay, Peter. Du schaffst das. Du schaffst das. Was hast du da an? Das ist mein Anzug. Wo ist der Koffer? Welcher Koffer? Das ist nicht mein... Was? Ich dachte, das wäre ein Schrank. Das gehört auch zum Zimmer? Zieh rein. Bitte. Mein Zimmer ist viel größer. Ja, ganz richtig. Hey, da ist der Koffer. Da ist der Koffer. Da ist der Koffer. Ein kleines Upgrade. Wow. Oh mein Gott. Zieh ihn an. Anziehen. Das ist das Coolste, was ich je gesehen habe. Los jetzt. Aber ja, ich verstehe das nicht. Ist der für mich... Herbie, Herbie, warten Sie. Das ist echt krass. Krass. Zieht euch das Teil rein. Seht mal, diese Augen. Der beste Tag meines Lebens. Sehen wir, kam schon. Alles klar. Da ist Captain America, Iron Man, Black Widow. Wow, wer ist denn der neue Kerl? Los, Kleiner. Oh, mein Stichwort. Ich muss los, ich muss los. Hey Leute. Gerade ist das Krasseste überhaupt passiert. Ich habe mich mit Captain America geprügelt, habe ihm sein Schild geklaut und nach ihm geworfen. Was denn jetzt? Er ist groß geworden. Ich muss weg, ich muss. Das war das Unglaublichste, was je passiert ist. Mr. Stark rief, hey, jetzt Kleiner. Und ich bin einfach reingesprungen und ich habe kein Schild geklaut und sagte, hey, was geht ab, Leute? Und dann, hey, eine Sekunde. Komme. Hey. Die Wände sind echt dünn. Was wird das, ein Videotagebuch? Ja, schon okay. Würde ich an deiner Stelle auch. Ich habe ihm besagt, er soll es nicht tun. Er hat alles gefilmt. Ich werde den Speicher löschen. Hey, 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 weißt du was? Wir sollten ein Alibi-Video für deine Tante drehen. Was ist? Bereit? Alibi? Läuft das Ding? Ja, komm ins Bild. Hey, May, wie geht's Ihnen? Was haben Sie an? Ich hoffe doch, was Knackiges. Vergiss, es war geschmacklos. Okay, nochmal von vorn. Kannst du rausschneiden. Drei, zwei, eins. Hey, May. Meine Güte. Äh, ich wollte Ihnen nur sagen, was für einen unglaublichen Job Ihr Neffe gemacht hat dieses Wochenende. Beim Stark-Betriebspraktikums-Seminar. Alle waren beeindruckt. Komm schon! Du weißt was, was Prinzip kennt ihr nicht. Wirst du mal den Queens-Boulevard gefahren? Sehen Sie, Happy hat die Hoffnung aufzusteigen in die Vermögensverwaltung. Er war Chef der Security und davor war er nur ein Fahrer. Das war eine private Unterhaltung. Darüber macht man keine Witze. War schwer für mich, dir das zu sagen. Raus, damit hat er geschnarcht im Fluch. Dann entstattieren, ne? Happy, lässt uns mal kurz allein. Du willst, dass ich aussteige? Wieso holst du nicht Peters Koffer aus dem Kofferraum? Ich darf den Anzug behalten? Darüber hatten wir gerade gesprochen. Tust du mir bitte einen Gefallen? Happy ist dein Ansprechpartner hier, also nerv ihn nicht. Tu einfach nichts Dummes. Ich hab sein Kardiogramm gesehen. Alles klar? Ja. Tu nichts, was ich tun würde. Und schon gar nichts, was ich nicht tun würde. Es gibt da eine kleine Grauzone und in der kannst du dich bewegen. Was heißt das? Ich bin ein Event. Nein. Wer hier? Siebter Stock. Ich kann ihn hochtragen. Sie müssen das nicht. Du nimmst ihn? Ja, ich kann ihn nehmen. Danke. Also, wann ist unser nächstes Seminar? Sie wissen schon. Was, nächste Mission? Ja, die Mission, die Missionen. Wir melden uns. Haben Sie denn meine Nummern? Nein, ich meine, wir melden uns bei dir. Irgendjemand meldet sich bei dir. Oh. Alles klar? Von ihrem Team. Okay. Na dann. Das ist keine Umarmung. Ich öffne ihn mit der Tür. Soweit. Das sind wir noch nicht. Bis dann.